Die Startup Safari Cologne ist ein Event, was über die ganze Woche geht. Ein sehr dezentrales Event, aber trotzdem lokal. Wir haben hundert verschiedene Unternehmen, Startups dabei, die eine Session hosten. Auf der Safari kommen vor allen Dingen Menschen zusammen, ob nur aus Startups oder Organisationen oder eben begleitenden Dienstleistern. Ich finde cool, dass so viele verschiedene Locations in der ganzen Stadt sind, dass man ein bisschen rumfahren muss. Also ich habe sehr, sehr viele junge Leute getroffen, die sehr viel Dynamik mitbringen. Das auf beiden Seiten, also einmal von den Zuhörern, aber auch von den Speakers. Jetzt bin ich hier, um zu einer anderen, um die Artificial Intelligence zu gehen. Ich denke, das wird unglaublich sein. Es war ziemlich cool. Wir hatten unterschiedliche Leute, sowohl Bewerber als auch andere Leute. Ich glaube, dass aus dieser Woche vor allem hervorgeht, dass sich alle miteinander vernetzen. Dass durch die Begegnung miteinander Innovationen und neue Ideen entstehen können. Und dass es diese Woche passiert, jetzt schon. Und wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Safari.